Der Politiker Matthias Nölke bringt die FDP und somit auch die ganze Ampel aktuell so richtig zum Schwitzen. Und zwar aufgrund der von ihm initiierten Mitgliederbefragung aller FDP-Mitglieder, ob eben die Partei in der Ampelkoalition bleiben soll oder ob man einen Koalitionsbruch herbeiführt. Das Interessante ist, dass das Ergebnis der Befragung heute ausläuft. Es war ja eine reine Online-Befragung in dem Mitgliederbereich der FDP. Und das Brisante ist jetzt, dass der Initiator der Führung der FDP vorwirft, sie würde aktuell überall Nebelkerzen werfen und keinerlei Transparenz walten lassen bei eben der Befragung. Kann es also sein, dass hier die Mehrheit der FDP-Mitglieder gegen den Verbleib in der Ampel abgestimmt haben und jetzt versucht wird, das Ergebnis irgendwie zu verfälschen? Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und spulen wir doch noch mal ganz kurz zurück in der Zeit. Vor einigen Wochen und Tagen haben ja noch zahlreiche Ampelpolitiker gesagt, man müsse jetzt Verantwortung übernehmen. Beispielsweise hat sich ja auch Saskia Esken eingemischt in diese FDP-Befragung und hat gesagt, Christian Lindner und andere Personen aus seiner Führungsmannschaft und Frauschaft haben sich jedenfalls ganz klar für einen Verbleib in der Ampel ausgesprochen. Und das nehme ich den Kollegen auch ab. Ich nehme das auch den Kollegen ab, weil wenn man ja sieht, wie die Politik der FDP in den letzten Jahren war, dann haben sie ja fast alles, was die Grünen und Roten so vorgeschlagen haben, auch mitgetragen. Und genau das ist eben auch die Hauptkritik hier, die Matthias Nölke, der ja selber seit irgendwie über 20 Jahren FDP-Politiker ist, hier auch moniert hat. Der gesagt hat, wieder einmal betreibt die FDP Grünen-Politik. Die Ampelkoalition, also die FDP hat in dieser Ampelkoalition so etwas wie einen politischen Selbstmord auf Raten begangen, sagt er. Der Koalitionskompromiss, den Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Habeck und Lindner Mitte Dezember vereinbarten, macht nach Ansicht Nölkes alles noch viel schlimmer. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller FDP-Wähler. Da merkt man, was bei manchen in der Kommunalpolitik und so bei der FDP an der Basis gerade los ist. Hingegen hört man von der Parteispitze dann beispielsweise sehr häufig, ja, man müsse jetzt Verantwortung übernehmen. Kubicki hat sogar gesagt, dass alle Leute, die jetzt sozusagen dafür stimmen, dass man aus der Ampel raustritt und es eine Neuwahl gibt, ja, oder zumindest eine neue Koalitionsformierung, dass all diese Leute eben naiv seien, weil man müsse ja jetzt Verantwortung und so weiter tragen. Das Interessante ist auch, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz anschauen, das habe ich entdeckt beim Instagram-Account der FDP, da haben sie beispielsweise den Guido Westerwelle, ja, rest in peace an dieser Stelle, noch hier zitiert, liberal sein heißt Verantwortung tragen, nicht meiden. So, und jetzt stelle ich mir die Frage, will man jetzt hier etwa Guido Westerwelle irgendwie instrumentalisieren bei dieser aktuellen Befragung und die Wähler beziehungsweise die Mitglieder ermahnen, dass auch ein Westerwelle jetzt dafür gestanden hätte, dass die FDP in der Koalition bleibt. Nun ja, schauen wir doch dazu uns einfach mal einen kleinen Artikel von 2009 an, ja. Westerwelle lässt sich Ampelabsage absegnen bei bester Laune. Guido Westerwelle ist mit den Beschlüssen des FDP-Sonderparteitags sehr zufrieden. Also, ich glaube nicht, dass ein Guido Westerwelle unbedingt für einen Verbleib in der Ampel abgestimmt hätte. Das wissen wir nicht. Lassen wir Guido Westerwelle weiterhin in Frieden ruhen. Aber, hm, ob man ihn dafür jetzt einfach im Sinne von dieser Verantwortung hernehmen kann, weiß ich ja nicht. Viel wichtiger und viel interessanter ist ja die Frage, warum oder weshalb sprechen die eigentlich die ganze Zeit davon, dass man Verantwortung dadurch übernehmen würde, wenn man in dieser katastrophalen Regierung weiterhin bleibt. Ich meine, die tun natürlich immer so, als würde es jetzt bei einer Neuwahlen, also bei einer Neuformierung der Regierung und so, irgendwie ganz viel Unsicherheit und so entstehen. Und da muss ich wirklich immer so herzhaft lachen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie House of Cards kennt auf Netflix. Das ist mit Abstand einer der besten Serien, zumindest die ersten Staffeln mit Kevin Spacey, die es bei Netflix gibt. Und dort war es ja auch immer sein Standardrepertoire in der Politik, dass immer, wenn es innenpolitisch und so nicht so gut läuft, man eben beispielsweise wieder außenpolitische Krisen betont und irgendwie sagt, ja, wir werden irgendwie angegriffen, wir sind in unsicheren Zeiten und so. Da kann man halt hervorragend davon ablenken. Aber logisch ist das natürlich nicht. Also eine Regierung, die keine gute Politik macht, würde doch keine Unsicherheit und schlechtere Zustände in einem Land irgendwie verursachen, wenn sie Abtritt und Neuwahlen zulässt. Das ist ungefähr so, als würde jemand, der beispielsweise einen riesigen Jumbo-Jet steuert, völlig betrunken sein und überhaupt nicht mehr wissen, in welche Richtung er eigentlich fliegt, ständig irgendwelche Loopings fliegen. Und dann würde er sagen, ah, wenn ihr jetzt aber den Autopilot anschaltet und ich nicht mehr das Flugzeug steuere, dann wird alles komplett unsicher und so. Nein, 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 ein Flugzeug kann völlig ohne Probleme auch eine Weile im Autopilot fliegen, genauso wie ein Land auch völlig ohne Probleme eine Weile lang ohne Regierung klarkommt. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die ganzen Unternehmen und Menschen in Deutschland, wenn es mal eine Weile keine Regierungsbildung gäbe, sogar sehr viel mehr Plan und Sicherheit hätten, als wenn die Regierung wieder im Amt wäre. Jedenfalls, und ob ihr es glaubt oder nicht, als ich damals nach Spanien ja auch ausgewandert bin, da war es eine Zeit auch, in der Spanien eine gewisse Weile keine Regierung hatte und in der Zeit ist die Wirtschaft dann um drei Prozent und mehr gewachsen. Also man sieht dahin, man braucht sich da gar keine Angst machen lassen und so weiter. Jetzt kommen wir aber nochmal zu einem ganz spannenden Punkt, den jetzt auch hier Matthias Nölke im Tagesspiegel angesprochen hat. Und zwar sagt er, uns Initiatoren, also die, die diese ganzen Mitgliederbefragung initiiert haben, schweigt die FDP-Spitze weitgehend. Der Bundesgeschäftsführer hat meine schriftlich gestellten Fragen zur Mitgliederbefragung weitgehend unbeantwortet gelassen. Wir wissen nicht, wie viele Mitglieder sind digital erreichbar, wie viele haben bisher abgestimmt, wann und wie erfolgt die Auszählung und wie die Bekanntgabe der Ergebnisse. Und da denke ich mir so, wie bitte? Nicht mal darüber gibt es jetzt irgendwie eine Auskunft, das ist doch sehr intransparent, weil wer will denn in irgendeiner Art und Weise korrigieren, ob das dann auch korrekt und so ausgezählt wird. Und dann sagt er noch, die FDP-Parteizentrale agiere wenig transparent und wenig souverän, sagt er. Und das, obwohl sie nach außen hin sich immer seit Jahren als Mitglieder- und Mitmachpartei irgendwie feiert. Jetzt müssen wir uns ja die Frage stellen, was passiert zum Beispiel, wenn jetzt die Mitglieder für Nein, wir wollen nicht austreten aus der Ampel stimmen. Das wäre natürlich für Lindner, Kubicki und die anderen, ja, die Führungsmannschaft und Frauschaft der FDP hervorragend. Dann könnten sie sagen, ja, seht ihr, die Basis steht hinter uns und so weiter. Wenn aber jetzt die Abstimmung auf Ja, wir wollen austreten steht, dann muss diese FDP-Führung sich nicht daran halten. Das ist also nicht bindend. Die können einfach sagen, ja, danke, dass ihr teilgenommen habt. Ja, so ein bisschen irgendwie wie in der Schule irgendwie so eine kleine Projektdiskussion. Alles toll, super, schön einmal über den Kopf streicheln. Ja, wir halten uns aber trotzdem nicht dran. Die müssen sich nämlich nicht dran halten. Aber das wäre natürlich katastrophal, vor allem für die Signalwirkung. Ja, also das würde natürlich allen ganzen FDP-Mitgliedern irgendwie suggerieren, ja, so richtig ist das, was ihr wollt oder wofür ihr abstimmt, ja gar nicht wirklich relevant in der Partei. Und das würde natürlich wahrscheinlich auch die zukünftigen Mitglieder, die sich überlegt haben, in der FDP beizutreten, auch abschrecken. So ist jedenfalls meine Analyse. Schauen wir einfach mal, ob, wann, in welchem Ausmaß die Ergebnisse bereitgestellt werden und was sie für Konsequenzen haben.